Hallo und herzlich willkommen liebe Community, hier ist mir wieder euer Chris und Stationeers. Ja, mit dem letzten Patch You Ask For It gab es natürlich ein paar kleine Probleme mit der deutschen Übersetzung. Und zwar hat das Tool von Rocketworks wahrscheinlich irgendwie gefailt und hat falsche Sachen in den Code gepackt und die Jungs haben das kompiliert und hochgeladen. Ist nicht so schön, aber mir hat das natürlich keine Ruhe gelassen und ich habe mir überlegt, wie kriegen wir das gefixt? Und ja, habe mir Gedanken gemacht, habe ein bisschen recherchiert und habe auch eine Lösung gefunden. Ja, wir haben jetzt eine gefixte deutsche Übersetzung, zumindest für die Dinge, die da so auffällig waren. Es gibt da noch das ein oder andere, was da noch gefixt werden muss. Also ich habe da auch gesehen, dass wenn man zum Beispiel Tische baut und die verschiedenen Tischversionen sind dann falsch beschriftet. Ja, das müssen wir dann nochmal nachkorrigieren. War mir jetzt aber erstmal nicht so wichtig, kommt dann später nochmal. Und wie funktioniert das Ganze? Nun, ich habe euch in die Videobeschreibung eine kleine Datei gepackt. Die kopiert ihr einfach in einen entsprechenden Ordner und dann sollte das deutsche Problem gefixt sein. Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum ist dann nicht alles gleich übersetzt? Nun, das liegt daran, dass bestimmte Dinge noch nicht in dieser Datei drin sind und ich sie deswegen nicht übersetzen kann. Es gibt Übersetzer, also Contributors, so nennen die sich ja bei Stationiers, die quasi die Übersetzung aktuell machen und die dann eingepflegt werden. Mit dem Kollegen habe ich auch gerade schon geschrieben. Das wird dann also später auch in-game gefixt werden mit den Patches, hoffentlich. Aber aktuell müssen wir uns halt mal mit dem Fix beheben, den ich euch dann jetzt zeigen möchte. So, jetzt habe ich wieder viel gequatscht, aber so viel ist es gar nicht. Um in diesen Ordner zu kommen, wo Stationiers liegt, sucht ihr euch einfach hier in eurer Steam-Liste den Stationiers-Spiel. Rechtsklick, verwalten, lokale Dateien durchsuchen. So, da klickt ihr dann drauf und dann geht ein Fenster auf. Da muss ich jetzt bloß mal gucken. Genau, hier haben wir das Fenster. Ich mache es mal noch ein bisschen größer, dann seht ihr das ein bisschen besser. So, da haben wir hier einen Ordner und der geht aber anders auf. Und zwar, so wird der bei euch dann aufgehen, wenn ihr da drauf klickt bei Steam. So, dann geht der so auf und da seht ihr dann hier den Stationiers-Ordner. Und da geht ihr dann hier oben auf Rocket Station Data. Dann klickt ihr doppelt auf Streaming Assets und doppelt auf Language Sprache. Und hier ist dann die German XML. Das ist die Datei, die ihr reinkopieren müsst. Macht euch bitte von der Datei, die jetzt schon hier drin ist, eine Sicherungskopie. Habe ich ja hier schon gemacht. Hier ist die Copy. Und kopiert dann meine entsprechende Datei da rein. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, diese Datei selbstständig öffnen und die auch bearbeiten. Dann habt ihr eine andere Übersetzung und mit dem nächsten Patch wird die dann überschrieben. Ja, wenn sie denn überschrieben wird. Ja, wenn Rocketworks daran gearbeitet hat, wird sie überschrieben. Das ist auch nochmal der Hinweis. Falls der nächste Patch wieder fehlt, könnt ihr einfach, also mit der deutschen Übersetzung, könnt ihr einfach diese Datei, die ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe, einfach wieder drüber wegschreiben, beziehungsweise die alte wieder kopieren. Und dann die meine reinkopieren und dann habt ihr wieder den gefixten deutschen Patch. So, und jetzt gucken wir uns mal an in Game, was wir da so getrieben haben. Müsste jetzt gleich das Spiel aufgehen. Genau, hier ist es schon. Und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Also, zum einen hat mich ja schon seit Monaten aufgeregt, dass hier, wenn man hier über die Geräte fährt, da steht Kontakte. Ja, da habe ich immer rumgemault und da steht jetzt Inhalt. So, wie es sein soll, denn das ist ja ein Inhalt, da sind ja Barren drin und das ist ja Inhalt und nicht Kontakte. So, dann haben wir natürlich hier, wie ihr seht, auch noch verschiedene Übersetzungen, die nicht passiert sind. Wie gesagt, Ice Crusher, Item Kit, Water Bottle Filler. Ich weiß, da würdet ihr sagen, hättest du doch gleich mit machen können. Ne, habe ich ja gerade eben gesagt. Geht eben nicht, denn in der XML-Datei sind diese Items noch nicht drin. Und es gibt noch keine Pointer dafür. Möglicherweise kommen die dann im nächsten Patch, das werden wir sehen. Und sie sind dann vielleicht sogar schon übersetzt, das werden wir dann auch sehen. Aber aktuell kann ich euch die noch nicht übersetzen. Was wir aber korrigiert haben, ist sowas hier zum Beispiel. Isolierter Tank. Ja, jetzt wissen wir wieder, dass es ein isolierter Tank ist und kein Rohr, weil das stand nämlich Rohr vorher. Ja, und dann geht das natürlich weiter. Hier unten gab es noch, auch beim isolierten Rohr, stand irgendein Schnatter. Das habe ich jetzt auch korrigiert. Und bei den Schildern standen, glaube ich, auch Probleme. War auch verkehrt, zeige ich euch gleich. So, Orgelpfeife, war auch verkehrt beschriftet. Habe ich jetzt mal Orgelpfeife dran geschrieben. Ist ja eine Orgelpfeife. So, und hier unten war soweit eigentlich nichts weiter. Das heißt, wir können dann an die nächste Maschine gehen. Auch hier haben wir natürlich wieder Inhalt. Und hier waren, glaube ich, kaum Sachen zu korrigieren. Doch, hier waren Sachen zu korrigieren. Und zwar, das SDB-Silo war verkehrt beschriftet. Hier unten ist es das SDB-Silo. Da stand auch irgendwas, weiß ich nicht, was da stand. Und das habe ich auch mal korrigiert. Auch sowas wie Weatherstation und Windturbine können wir noch nicht übersetzen. Ist noch nicht drin. Hätte ich gern getan. Geht aber nicht. So, das haben wir gefixt. Hier unten war soweit, glaube ich, nichts. Doch, Lautsprecher war noch. Da stand ja Lautsprecher oder so komisch. Da war hier das T und das S vertauscht. Das habe ich auch nochmal gefixt, damit das hier wieder schön aussieht. Und wir haben in der nächsten Maschine eigentlich die größten Übersetzungsfehler gehabt. Und zwar hatten wir ja hier die entsprechenden Bausätze für die Betten, für die Stühle und die Treppen und der ganze Schnatter. Das war ja alles verkehrt. Man hätte natürlich anhand des Symbols schon sehen können, was es ist. Hier ist ein Bett drauf. Hier ist ein Stuhl drauf. Dann haben wir hier unten noch. Hier ist ein Schrank drauf. Ja, ein Spind. Und hier ist eine Treppe drauf. Und hier ein Tisch. Aber ich habe das jetzt mal korrigiert. Schild ist wieder Schild. Ja, weil ja, stand ja überall Schilderbausatz dran. Und Treppe, Tische sind jetzt auch wieder korrigiert. Ja, könnt ihr also auch wieder bauen, indem ihr das lest. Und nicht, indem ihr hier auf das Symbol gucken müsst. So, hier habe ich dann noch den Zaun nochmal korrigiert. Da stand irgendwie Railing oder irgendwas dran. Ich weiß nicht mehr, was da dran stand. Ich habe es mal Zaun genannt. Denn es ist ein Zaunbausatz. Man kann damit Zäune bauen. Deswegen habe ich ihn so genannt. Ja, also das ist der Übersetzungsfix für die Stationiers, für die aktuelle Version. Dann sollte das bauen und sowas alles wieder gut funktionieren. Wie gesagt, es gibt zwischendurch ein paar Übersetzungsprobleme. Das ist zum Beispiel, wenn man hier jetzt mal, wir machen mal bei den Tischen. Da sehen wir dann zum Beispiel, kann ich euch mal zeigen. Da seht ihr, wenn ihr einen Tisch baut, da steht jetzt Powered Bench. Küchentisch groß. Ja. Kitchen Table small. Das ist dann wieder Englisch. Simple short, short. Und hier steht Tank klein Kraftstoff. Da seht ihr schon, das ist kein Tank. Ja, das habe ich noch nicht ganz gefunden. Werde ich aber noch korrigieren. Falls Rocketworks im nächsten Patch die deutsche Übersetzung nicht korrigiert, wird dann von meiner Seite aus wieder eine kommen, wo das hier auch noch korrigiert ist. Ja, weil ich muss erst mal rausfinden, wie wir das nennen wollen. Ja, weil Tank klein Kraftstoff ist es nicht. Aber im Prinzip fürs Bauen ist es egal, weil man kann das Ding ja trotzdem bauen. Ja, so. Man kann den Tisch trotzdem bauen und dann hat man den und dann ist das gut. Ja. Das gibt es dann in dem nächsten Patch. Wenn Rocketworks es nicht macht, dann mache ich es. Gut. Okay. Das war es zum Thema deutsche Übersetzung gefixt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben, wenn nicht Daumen nach unten. Und natürlich vielleicht Kommentare schreiben, wenn ihr fehlerhafte Übersetzungen findet, die ich dann auch für euch korrigieren kann. Wir sammeln dann ein bisschen, machen dann vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche eine neue Übersetzung. Und dann halte ich mich an eure Fehlerinformationen. Ja, also. Gut. Haut rein. Macht's gut. Das war euer Chris. Und ich sage Tschüss. Bye-bye. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020